Final-Serie-MVP der 93, Leo Födel. Leo, was für eine Serie und was für ein entscheidendes Spiel heute. Wow, das war hardcore. Ja, ja, es war, es war ein bisschen nervös, weil ja. Sag mal, aber zu deiner Leistung, ich finde eigentlich ist gerecht und durchaus verdient, wenn du elf Punkte in eine Serie holst, bist du zu Recht der MVP. Aber würdest du es gerne mit der gesamten Mannschaft teilen, wenn es nach dir ginge? Wenn, was, mit dem Ding da oder was? Ja, ja, der MVP. Bliebst du mit der Mannschaft teilen? Ist ja sowieso ein Mannschaftsding. Allein würde ich das nicht schaffen. Ich meine, jetzt im Finale hat es bei mir ganz gut geklappt. Davor haben die anderen Tore geschossen. Der Jake hat unfassbar gehalten. Keine Ahnung. An Micka haben wir reingeworfen ins Finale. Komplett kalt, super gespielt. Also alle durch die Bank. Top. Und wenn nicht alle dabei sind, dann gewinst du auch nicht. Zum guten Letzt, Leo. Wenn man in der NHL drei Titel hat in vier Jahren, spricht man von einem Dynasty. Ist das ein Dynasty-Team, was wir jetzt haben? Von mir aus gern. Ich mag nur noch feiern jetzt. Super. Dankeschön, lieber Vödel. Danke.